Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der sogenannten Ersatzspannungsquelle. Eine Ersatzspannungsquelle ermöglicht es, sehr komplizierte Schaltungen stark zu vereinfachen und man kann dann mit deren Hilfe grafische Analysen sehr viel einfacher durchführen und auch mathematische Beschreibungen herleiten, die sonst sehr sehr aufwendig werden können. Wir sehen hier eine relativ komplizierte Schaltung. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich eine Schaltung vollständig durchspielen, bei der ich eine Ersatzspannungsquelle anwende. Das wird dann allerdings eine etwas einfachere Schaltung sein. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, eine solch komplizierte Schaltung, und es darf natürlich noch viel komplizierter werden, in diese sehr einfache Schaltung umzuwandeln. Diese besteht aus einer sogenannten idealen Spannungsquelle mit der Spannung U0, der sogenannten Quellenspannung, und einem dazu in Reihe geschalteten Innenwiderstand RI. Wendet man dieses Verfahren an, so ersetzt man also diese Schaltung durch diese Schaltung. Das heißt, dass sich beide Schaltungen an diesen Klemmen genau gleich verhalten. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn diese ursprüngliche Schaltung ausschließlich lineare Bauelemente enthält. Hier dürfen sich also keine Dioden oder Transistoren etc. befinden, es dürfen nur lineare Bauelemente sein. Diese Methode ist bei manchen Schaltungen äußerst effektiv und sehr hilfreich, um eben komplizierte Sachverhalte zu beschreiben. Wenn ich nun also eine Schaltung in eine Ersatzspannungsquelle umwandeln will, so muss ich daraus zwei Werte entwickeln. Das ist die sogenannte Quellenspannung U0 und der Wert des Innenwiderstandes RI. Die Quellenspannung U0, die ich hier suche, ist die Spannung, die man an der eigentlichen Schaltung messen kann, wenn diese nicht belastet wird. Das heißt, man kann also tatsächlich, indem man hier keine Last anschließt, an die ursprüngliche Schaltung, die Spannung U0 direkt messen. Der Innenwiderstand RI, den ich hier ermitteln möchte, den kann ich nun wiederum dadurch ermitteln, dass ich die Schaltung kurzschließe, den sogenannten Kurzschussstrom messe, der dann hier fließt auf der Kurzschussstrecke, und anschließend das Ohmsche Gesetz anwende, RI ist gleich U0, die zuvor gemessene Leerlaufspannung an dieser Stelle, die ja nun Quellenspannung geworden ist, geteilt durch den Kurzschussstrom, den ich ermessen kann. Es gibt insgesamt zwei Wege, um U0 und RI zu ermitteln. Den einen habe ich gerade bereits angedeutet, das ist die Messung. Die hat natürlich durchaus den Nachteil, dass die Schaltung aufgebaut sein muss, um das Ganze durchzuführen. Sie hat auch den Nachteil, dass ich keine formelmäßige Beschreibung für diese Sachverhalte erhalte und dabei nicht über den Umweg der Ersatzspannungsquelle eine Formel für das Gesamtverhalten der Schaltung herleiten kann. Wenn denn aber eine Schaltung aufgebaut ist und ich deren inneres Wesen gar nicht so genau kenne, dann ist eben durch die Messung der Klemmenspannung bei Leerlauf das Ermitteln von U0 sehr einfach möglich. Und indem ich den Kurzschussstrommesse kann ich dann eben auch auf den Innenwiderstand schließen. Beim Kurzschuss muss man natürlich darauf achten, dass man dabei nichts zerstört. Der zweite Weg, wie man an die Quellenspannung U0 und den Innenwiderstand RI kommt, ist nun die, dass man das Ganze durch geeignete Berechnungen durchführt. Das hat den Vorteil, dass man die Schaltung nicht aufbauen muss und den Vorteil, dass man auch daraus eine vollständige mathematische Beschreibung des Verhaltens der gesamten Schaltung ermitteln kann, wie ich später zeigen werde. Der Nachteil ist natürlich, dass ich tatsächlich die innere Struktur kennen muss, was in der Praxis häufig gar nicht so einfach möglich ist. Es muss dabei natürlich wieder U0 berechnet werden, das ist ja wie bereits gesagt die Leerlaufspannung an diesen Klemmen. Und in diesem Beispiel ist das recht einfach, die zu ermitteln. Ich zeige das hier also an diesem sehr einfachen Beispiel auf, denn die Schaltung, die wir hier sehen, ist im Prinzip nur eine Reihenschaltung, dadurch dass keine Last angeschlossen ist. Hier erreiche ich also eine erhebliche Vereinfachung bei der theoretischen Betrachtung dadurch, dass ich keine Last anschließen muss, um U0 zu berechnen und sich die Schaltung damit auf eine einfache Reihenschaltung reduziert. Bei dieser Reihenschaltung verhält sich die Spannung an R2, das ist ja UK und damit auch U0, zur Gesamtspannung U, wie der Widerstand R2 zum Gesamtwiderstand R1 plus R2. Das spiegelt sich in dieser Gleichung wieder, die sofort auf U0 umgestellt worden ist. Kenne ich also R1, R2 und U, so kann ich mithilfe dieser Formel die Quellenspannung berechnen. An dieser Stelle kommt nun eine wichtige Information, die für das rechnerische Verfahren unerlässlich ist, nämlich der Innenwiderstand R1 entspricht dem Widerstand der Schaltung, wenn alle inneren Spannungsquellen kurzgeschlossen sind und alle inneren Stromquellen getrennt werden. In unserem Beispiel haben wir es nur mit einer inneren Spannungsquelle zu tun. Um nun den Innenwiderstand der Ersatzspannungsquelle zu berechnen, muss ich nun den Widerstand dieser Schaltung betrachtet von diesen beiden Klemmen aus ermitteln, wenn denn alle Spannungsquellen, wie hier gezeigt, kurzgeschlossen sind. Das bedeutet in diesem einfachen Beispiel, dass ich den Pfad mit der Spannungsquelle einfach durch diese Verbindung ersetzen kann und ermittle ich nun von hier aus den Widerstand dieser Schaltung. So handelt es sich hierbei um eine Parallelschaltung aus R1 und R2, deren Widerstand ich mit Ri gleich R1 mal R2 geteilt durch R1 plus R2 berechnen kann. Ich werde das Ganze nun an einem konkreten Zahlenbeispiel durchspielen und dabei zeigen, was man mit der daraus resultierenden Ersatzspannungsquelle anfangen kann. Wir sehen hier wieder die gleiche Schaltung wie zuvor, mit einer Spannungsquelle sowie R1 und R2 und den Klemmen, die sich an dem Widerstand R2 befinden. Die Spannung U soll 9 Volt betragen, der Widerstand R1 habe einen Wert von 16,25 Ohm und für R2 nehme ich hier einen Wert von 50 Ohm an. Gesucht ist nun die Ersatzspannungsquelle mit der Quellenspannung U0 und dem inneren Widerstand Ri. Die entsprechende Gleichung habe ich oben bereits hergeleitet, die muss ich nun nur noch anwenden. Ich setze die entsprechenden Werte ein und komme hier auf einen Wert von 6,8 Volt. Die Gleichung für die Berechnung des Innenwiderstandes in diesem einfachen Fall habe ich ja oben bereits auch angegeben. Ich muss also wiederum nur die beiden Werte einsetzen. Hier komme ich auf 12,3 Ohm. Ich kann nun also diese Schaltung hinsichtlich ihres Verhaltens an diesen Klemmen durch die viel einfachere Schaltung bestehend aus der Quellenspannung und dem Innenwiderstand ersetzen. Selbst in diesem einfachen Beispiel ergeben sich daraus schon tatsächlich erhebliche Konsequenzen hinsichtlich der Schwierigkeitsgrades der weiteren Betrachtung. Ist diese ursprüngliche Schaltung wesentlich komplizierter, so wird der entsprechende Vorteil natürlich noch viel größer sein. Ich kann nun also, wenn ich einen Lastwiderstand an diese Schaltung anschließe, das Verhalten der Klemmenspannung und des Stromes, der hier fließt, mithilfe dieser Ersatzspannungsquelle recht einfach betrachten. An dieser Stelle wäre das durchaus sehr viel komplizierter gewesen. Dadurch, dass es sich hierbei nun um eine Reihenschaltung handelt, aus dem Innenwiderstand und einem Lastwiderstand, kann ich das grafische Verfahren anwenden, das bei der Reihenschaltung zweier Widerstände angewendet werden kann. Dies habe ich bereits in einem anderen Video erläutert, worauf ich hier noch mal ausdrücklich hinweisen möchte. Wir sehen hier den Innenwiderstand abgetragen mit 12,3 Ohm von links nach rechts. Ich habe für den Lastwiderstand RL zwei verschiedene Werte angenommen, einmal 6,8 Ohm und im anderen Fall 12,3 Ohm. Die Widerstandsgrade der Last wird ja nun beginnt bei der Gesamtspannung, was hier die Quellenspannung U0 gleich 6,8 Volt ist, von rechts nach links abgetragen. Und dort, wo die beiden Kennlinien sich schneiden, befindet sich der Arbeitspunkt. Und nun kann ich von rechts nach links 2,4 Volt für die Spannung am Lastwiderstand ablesen. Das Ablesen des Stromes habe ich hier nicht eingezeichnet, das wäre allerdings an dieser Stelle möglich. Indem sich nun der Lastwiderstand ändert, von 6,8 auf 12,3 Ohm, verschiebt sich der Arbeitspunkt von dieser Stelle zu dieser Stelle und die Spannung UL kann ich nun an dieser Stelle ausmessen und sie beträgt dabei 3,4 Volt. Dieses grafische Verfahren wird tatsächlich dann richtig interessant, wenn man nicht lineare Bauelemente als Last einsetzt. Darauf möchte ich hier auch nochmal hinweisen, denn das Verfahren hat dabei eine äußerst hohe Bedeutung in elektronischen Schaltungen. Ich werde nun für die ursprüngliche Schaltung eine Gleichung herleiten, die mir beschreibt, wie sich die Spannung an der Klemme, also die Lastspannung, die ich hier noch mit UK für Klemme bezeichnet habe, in Abhängigkeit der ursprünglichen Gesamtspannung in Abhängigkeit von R1 und R2 und dem anzuschließenden Lastwiderstand verhält. Sie werden nun sehen, wie man über den Umweg der Ersatzspannungsquelle tatsächlich zur Gleichung gelangen kann, mit der die ursprüngliche Schaltung vollständig beschrieben wird. In manchen Fällen ist das eine erhebliche Vereinfachung, weil man dabei zunächst aus der ursprünglichen Schaltung die Last heraustrennen kann, um sie später im Zuge des Rechenweges wieder einzubringen. Ich gehe also zunächst wieder von der Ersatzspannungsquelle aus und wie wir bereits gesehen haben, verhält sich die Spannung an der Last, UL, zur Gesamtspannung in unserem Beispiel, wie der Lastwiderstand zum Gesamtwiderstand, der hier aus RI plus RL besteht. Wir sehen hier die entsprechende Gleichung, UL verhält sich zu U0 wie RL zu RI plus RL. Da ich an UL interessiert bin, stelle ich diese Gleichung nun auf UL um und sehe, dass in dieser Gleichung U0 vorkommt, das ist die Quellenspannung, und der Innenwiderstand der Ersatzspannungsquelle. Gelingt es mir nun, U0 und RI zu ersetzen durch die Werte, die in der ursprünglichen Schaltung stehen, so werde ich eine Gleichung für UL erhalten, die mir das Verhalten der Lastspannung in Abhängigkeit dieser Größen darlegt. Die beiden Gleichungen, die ich hier nun einsetzen muss, um U0 und RI aus dieser Gleichung zu eliminieren, habe ich bereits hergeleitet. Das sind genau die beiden Gleichungen, die ich zur Berechnung der Ersatzspannungsquelle benötigt habe, nämlich einmal die für U0 und die für RI. Im nächsten Schritt kann ich also tatsächlich das U0 an dieser Stelle durch den bereits vorhandenen Ausdruck ersetzen und ebenfalls RI durch den bereits vorhandenen Ausdruck ersetzen. Hier sehen wir noch mal die Gleichung mit U0 und RI und an dieser Stelle habe ich einfach die bereits genannten Gleichungen eingesetzt. Damit ist diese Gleichung prinzipiell zwar tatsächlich fertig und sie erfüllt genau den Zweck, den sie erfüllen soll, da sie jedoch sehr umständlich daherkommt, werde ich nun einige kleinere Umformungen durchführen, damit das Ganze wieder etwas kompakter wird. Im ersten Schritt gehe ich her und mache diese beiden Terme unter dem Bruchstrich gleichnamig. R1 mal R2 wird durch R1 plus R2 dividiert. Ich werde nun auch RL durch R1 plus R2 dividieren, wodurch RL mit R1 plus R2 multipliziert wird. Somit steht aber R1 plus R2 für beide Terme unter dem Bruchstrich. Das führt in diesem Fall tatsächlich dazu, dass ich diesen Nenner gegen diesen Nenner kürzen kann. Man kann das relativ gut nachvollziehen, indem man sich vorstellt, dass dieser Zähler mit diesem Zähler multipliziert wird. Wir sehen auch schon das entsprechende Resultat an dieser Stelle. Und dieser Nenner mit diesem gesamten Nenner multipliziert wird, wodurch in dem entsprechenden Ausdruck im Nenner R1 plus R2 steht und in dem Zähler ebenfalls R1 plus R2, sodass sich genau dieser Term hier rauskürzt. Das Resultat sehen wir an dieser Stelle. Diese Gleichung beschreibt vollständig das Verhalten der genannten Schaltung und zwar der ursprünglichen Schaltung in Abhängigkeit von den gegebenen Größen. Zur Kontrolle habe ich hier nochmal das Ganze durchgerechnet. Ich habe die ursprünglichen Werte eingesetzt mit 9 Volt 16,25 Ohm, R2 50 Ohm und dem entsprechenden Lastwiderstand, den ich hier zunächst noch nicht eingetragen habe. Nun untersuche ich zwei Fälle, einmal mit der Last gleich 6,8 Ohm. Wenn ich die dort einsetze, komme ich auf einen Wert von 2,4 Volt an der Klemme bzw. an der Last setze ich entsprechend 12,3 Ohm ein, so komme ich auf 3,4 Volt. Das sind natürlich die gleichen Ergebnisse, wie ich sie schon bei der grafischen Analyse auch erhalten habe. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Verfahren, die Ersatzspannungsquelle anzuwenden, nahe bringen. Ich möchte hier nochmal auf die außerordentlich hohe Bedeutung dieses Verfahrens hinweisen, wenn es um elektronische Schaltung geht. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.